1976 bewies Fritz Albert Popp, dass sämtliche Körperzellen Bio-Photonen ausstrahlen. Einige Heiler können diese messbare Bio-Photonen-Emission bewusst verstärken, indem sie die Heilenergie in ihren Handflächen bündeln. Die Heilerin Rosalyn Brou-Airi wurde einem solchen Test mittels eines hochempfindlichen Photon-Detektors unterzogen. Wie erwartet stieg ihre Bio-Photonen-Emission rapide an, wenn Brou-Airi bewusst Heilenergie aussandte. Die heilenden Hände sind keine neue Erfindung, sondern haben ihre Wurzeln in alten Kulturen und Traditionen. Schamanen, Heiler und spirituelle Führer haben seit jeher ihre Hände genutzt, um Energie zu kanalisieren und den Körper zu heilen. Heute gibt es jedoch auch viele Menschen, die diese Fähigkeit besitzen und sie nutzen, um anderen zu helfen.